Hallo liebe SpreeTV Zuschauer. Ich, Johann Wemmer, tippe heute mal die Landesliga Staffel 1, wo der BFC Dynamo 2 ist. Fangen wir an mit Weißensea FC gegen BSC Eintracht Südringen. Und ich denke, das wird ein 0-2. Spandau SV gegen Charlottenburg 1-0. SSC Teutonia gegen BFC Preußen 2-2. Türkemspor gegen BFC Alemannia 1890 1-0. Viktoria 18-89, also Viktoria 2. gegen Spandauer Kickers 2-0. SD Kroatia gegen Klub Italia 6-1. BW Hohen Neuendorf, BFC Dynamo 2. Da Dynamo sowieso zu Zeiten Lauf hat und die werden sich auch nicht nehmen lassen und sind glaube ich auch in Torlaune. Machen wir mal 0-4. Und Friedenauer TSC gegen Grünau BFC 1917 1-1. Das wäre mein Tipp für den 14. Spieltag.